Bei der Montage von Anbauteilen aus Carbon ist höchste Vorsicht geboten. Carbon ist ein äußerst sensibler Werkstoff, den man leicht beschädigen kann, wenn man zu viel Kraft beim Festschrauben anwendet. Das Fatale dabei? Haarrisse in den Kohlenstofffasern sind zunächst von außen unsichtbar. Die Festigkeit des Materials ist jedoch nicht mehr gewährleistet und es kann schon bei geringer Belastung jederzeit zu einem Bruch kommen. Gerade bei sicherheitsrelevanten Carbon-Teilen wie Vorbau, Lenker oder Sattel ist es daher anzuraten, bei der Montage einen fein justierbaren Drehmomentschlüssel zu verwenden. Da die verschiedenen Anbauteile in der Regel nicht das gleiche Drehmoment in Newtonmeter benötigen, lohnt sich der Kauf eines einstellbaren, hochwertigen Drehmomentschlüssels. Einen solchen hat der renommierte deutsche Hersteller Viha gerade mit dem TORQ Vario S neu auf den Markt gebracht. Zum Lieferumfang gehört eine sehr hochwertige und praktische Aufbewahrungsbox aus Metall, in der ein zehnteiliges Bitset enthalten ist. Dies sollte für die meisten Arbeiten rund ums Rad bereits genügen. Optional bietet Viha auch zusätzliche Bitsets in praktischen Flip-Selektor-Boxen an. Der TORQ Vario S besteht aus drei Teilen. Der Drehmomentschlüssel, das Einstellwerkzeug zur Justage des gewünschten Drehmoments, sowie dem Viertel-Zoll-Aufsatz zum Einstecken des jeweils benötigten Bits. Die Handhabung ist denkbar einfach. Wir stecken den Einsteller in den Schlüssel und können so das gewünschte Drehmoment auf einer Skala von einem bis fünf Newtonmeter in präzisen zwei Zehntel-Schritten einstellen. Anschließend ziehen wir das Einstellwerkzeug wieder ab und ersetzen es durch den Bithalter. Wenn dieser spür- und hörbar eingerastet ist, stecken wir das passende Bit ein und beginnen die Schraube vorsichtig anzuziehen. Wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist, ist ein deutliches Klacken zu hören. Wichtig, jetzt nicht mehr weiter anziehen. Die Schraube ist nun sicher und wie vom Hersteller vorgegeben befestigt. Fazit, mit einem Drehmomentschlüssel wie dem TORQ Vario S gelingt auch die Montage von sensiblen Carbon-Teilen mühelos und sicher.